ja, ich hätte vielleicht vorher noch mal ein Ludo zusammenstellen sollen ach ne, das kann ich ja sogar hier noch ja, echt? oh, Leute, stimmt! bei der Map brauchen wir Schild, ich hab nur Schild und Anker ja, ich hab auch nur Schild und Anker da Anker nicht dort ist äh, wir brauchen nur einen Anker, doch klar, ein Anker ist da wo denn? äh, links äh, nicht Anker, ah, ich mein, ähm das, ja welchen, Moon oder Light Guardian? ein Amboss ja, genau dann nimmst du zweimal Schild mit, ja, ne? ja äh, Traps ist aber eigentlich noch so Barrikaden wären gut, hast du, ne? ja ja, hab ich dabei äh Pushtrap ähm ja 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 oder nein ja warum nicht nimm Feuerboden auf jeden Fall mit, ne? da kann ich die die Pushdinger nicht nicht nehmen ja, dann nehmen wir die nicht ja, ich mein, bei Feuerboden wegen mein, äh Nachtdass Sprayer-Dinger und jo passt so, oder? von mir aus kriegen halt von mehreren Seiten auf den Sack, ne? wir müssen halt gucken, wo die, äh alle so langlaufen ich werde meine beiden Chill-Dinger werde ich erstmal in der Mitte placen ja ah, Eistee lieber Eistee cool ja ähm ja, ich plant mein Dings ich weiß nicht, ob ich den Amboss planten sollte es gibt ja nur einen ach ne, Quatsch das ist ja nur wegen Homebase ja, ich weiß nicht, ob die da langlaufen deswegen du sagst erstmal ja, das kommt ja dann an wir bauen du sagst erstmal, mich meine beiden Guardians hierherstellen ja oh, komm mal hier, Laie ja, gut boop Teleporter, sehr geil so, die laufen das ist was teuer ach ne ah, hier könnten wir schon was planten guck mal her wir sollen hier außen schon mal was planten, oder? oder wollen wir außen nicht? ne, das mal außen nicht machen obwohl doch, klar wenn wir die Tür oben haben später wir können sie ja jetzt runter machen und dann später oben haben dann würden sie hier schon mal recht viel Schaden bekommen das ist alles hier so hinplänt oder wollen wir das hier machen, dass sie hier so hin und her laufen mit Verjährung wollen wir das machen? dass jemand zählt ja, keine Ahnung ja, warte mal ich mach mal das hier weg ich weiß nicht, das sind hier zack ah, voilà ja, nicht hier oh ich würde sie einfach da hinten blenden, oder? da ganz vorne ist halt irgendwie durch ja hier so aber ich kann eh jetzt nicht mehr blenden da blende ich hier erstmal lieber ein paar Beine so die werden links und rechts weil ziemlich, weil ziemlich wenn die in der Mitte durchlaufen ähm sind Sachen an der Wand lösen die nicht aus ah, stimmt, ja ja, dann lass später dann lass später nochmal hier lass es später machen wir müssen gleich erstmal barrieren hier links und rechts planten nach der Runde, würde ich sagen ich werde das einfach hier boah, ich hab so schnell so ein paar Frame-Anbrüche, ey oh nein, oh Gott, okay geh nicht die Treppen runter ja, ich weiß das Vergnügen hatte ich schon gerade ah, so lange kein Dings gespielt, ey ja okay, ich glaube hier sind aber diese an der Decke auf jeden Fall übel OP, oder? deswegen hab ich sie ja lange geplaced ja, aber die hier auf der einen Reihe musst du bald wieder wegmachen weil da laufen sie ja nicht lang, wenn die Barrikaden da sind ja mach die mal weg dann können wir hier schon mal Barrikaden plinden hier, hier und hier die musst du dann auch gleich ein bisschen verschieben, ne? kann ich jetzt aber nicht nee, machen wir dann, wenn irgendwie wieder wir ready äh, drücken müssen würde ich sagen kann ich die Arrow Wall hier an der Wand eigentlich auch spielen doch wohl ja, die bleibt die kommen einfach nicht vorbei, ey besser ist das und sie Polkussen mich endlich mal yeah die ignorieren mich nicht alle so ich mach Barrikaden warte mal zwischendurch also ich kann jetzt ja nicht bauen ja doch, bauen kannst du, aber nicht wegmachen ja, aber ich muss wegmachen ja, was sind das denn für Gegner oh lol, die explodieren auf der Map wäre hier eigentlich in dem Punkt übel gut gewesen, wenn wir oh lol, die machen die Barrikaden kaputt die explodierenden Dinger äh, wenn wir hier die Magierinnen dabei hätten, ne? mit den ganzen Pallen aktivieren ja, weil wir so viele bauen ja ich weiß jetzt halt nicht, wie gut das hier gesaved ist oder wie, wie saved das allgemein hier ist wenn wir gleich halt noch ein paar Pallen bauen müssen halt auf den, äh, anderen Spawn an den anderen Spawns ich sag mal so, dadurch, dass hier das Guardian ist brauchst du hier erstmal keine weiteren Pallen wollen wir dann hier nochmal Barrikaden zubauen? ich werde dir jetzt erstmal dankbar wenn du hier an der Wand so ein Nachfahrding noch anmachst äh, hab kein Geld mehr oh lol egal, ich kann die Palle verkaufen als ob du jetzt schon kein Geld mehr hast ich hab da grad die Barrikaden zugebaut äh, wo? auch da an der Wand ja wir müssen jetzt die kommen jetzt von der anderen Seite noch, ne? das weißt du? ja, eben deswegen müssten wir da mal was bauen ähm soll ich da ein Guardian planten? ja, ne? die Sache ist in welche Richtung die laufen, ne? weil hier wird auch angezeigt, dass die hier runterlaufen die laufen in zwei Richtungen guck mal soll ich, soll ich zumachen, hier? ja, da wär gut, oder? ja kann ich hier nämlich den Guardian planten ja, ich kann noch ein paar Falten und ja kann auch noch eine bauen, glaub ich ja, mehr wenn ich also Zeit kriegen wir auf jeden Fall nicht oh noo hauptsache die kommen erstmal nur bei dir ja ja aber es sind noch die sind auch relativ schwach hier, ne? einer ist durch, das siehst du oh leu ja du läufst ihn ja lang hä? kümmere dich um den mal bitte bin dabei ich krieg jetzt hier auch zu tun ja, ich glaub hier ist vorbei ich komm zu dir hallo oh man, ich wechsle manchmal aus, weil ich zum Fallen bauen obwohl ich gar keine Fallen mehr bauen werde ja passiert mir auch manchmal oder ist mir auch manchmal passiert oh, hier oben können wir auf jeden Fall noch eine Nachtabfalle von dir gebrauchen später äh, ich mein ohhhhh was? ja, deine Barrieren sind hier weg das sind diese Explosionstypen, die die kaputt machen ja, ich weiss ich weiss na, 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 na aber ich bin da da ist doch keiner durchgekommen, ne? na ja äh, mach mal die Wall hier weg welcher? die über den Dings Feuerfalle genau so äh, bald kommen sie auch von der anderen Seite, ne? ja, nächste Runde ja du musst hier gleich auf jeden Fall nochmal Feuerfelder hinbauen weil das hier sich einfach perfekt anbietet ja, dann mach ich das Bossmanion Bossmanion bei dir, ne? ja, bei mir ist er auf jeden Fall nicht bei mir bisher aber auch nicht ja, aber man muss bei dir kommen, weil bei mir ist vorbei ja, da ist er ich bin auf dem Weg Bossmanion ist tot nice so, kommen wir mit nach oben einmal, ne von links kommen sie nicht mehr von links kommen sie jetzt nicht müssen weiter hier rechts bauen ja, bin auf dem Weg zu dir nach links ja ist da mehr gebaut, dass da noch ein paar hin sollen so, Feuerfallen wohin, das ist ja die gleiche, das ist ja das hier unten, genau da ja nein, nein, ja, da ja ja, hier auch nochmal ne Feuerfalle hier hier, wo du die hä? nein, das ist, das bringt nichts, das deckt nicht ja, aber wenn sie hier auf dir, auf der Seite laufen ja, deswegen ist ja dieses, dieses Teil dabei weil du hättest halt auf die anderen Seite placen müssen ja, aber dann ok es wird dann rüber geschleudert, glaub mir nein, eben nicht doch sicher? ja ok äh, soll ich jemanden Anker Guardian placen? ah, komm na, tschuld ah, bei mir es ist aber nur Maximilian ja ja, das Ding ist, er steht hier grad so ein bisschen dumm, dass ich ihn nicht attacken kann wenn ich da hinlaufe, dann kommt der Schuss von der Burg und der mich angreift dann wo ist denn der jetzt hin? da oben ja, komm mal her jetzt Maximilian ja, genau ich bin gestand oh, dieser Arsch komm, ja, genau hab ihn und welche bei dir durch, ne, ne? sind nicht ok die Sache ist, dass der jetzt von allen Seiten kommt, ne? ja, ich könnte oben machen eigentlich die Sache ist, wenn die jetzt von beiden oberen Hälften kommen ja, ich glaub, also wenn sie bei dir in der Mitte erst später kommen, dann musst du halt ne, in der Mitte kommst du erst, und links, ok wechsel nach links einmal ich habe noch einen Weg ah, Alter, was kommt hier in der Mitte alles an? das kann ich nicht sein wie bomben bin jetzt? geil, ich habe jetzt drei Gnome, die für mich kämpfen jetzt kommen sie von oben auch, äh, von der linken Seite auch, ne? ja, bin auf dem Weg mein Guardian dürfte eigentlich die andere Seite regeln ja, hallo mit der Regel ist er gut am Regeln, so ich komm dir zur Hilfe ja etwas längerer Weg, aber egal ja, ich schaff's, du siehst eigentlich ganz gut aus bei dir, ne? ja, ich hatte grad nur keine Mana zumindest geschmückt ja, ich bin ja da ja, danke mach du mal die, genau ok du musst oben rechts halt mir fallen, glaub ich, denk ich mal planten ja, klar oder ich place einfach noch mal ein paar ja oh, Sonja, viel Spaß ja ja, ich muss jetzt nämlich in die Mitte tot gleich what? Guardian? ach so, bei dir oh, ich muss gleich auch noch auf die linke Seite ich hab noch nicht wirklich viel Mana gerade scheiße ich hab noch nicht wirklich viel Mana gerade nein ich hab keine Mana so, ich lauf dann mal zurück ja 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 das war halt nur die Guardians, die wir gedeppt haben, ne? ja, das waren halt nur auch die Guardians, die wir gedeppt haben, ne? ich konnte halt grad richtig wenig tun, weil ich keine Mana hatte übeldumm ja, ich geh gleich nach rechts ja, ich geh gleich nach rechts ich fühl mir hier kurz meine Mana auf, bei dem Guardian ja wir sind schon mal eine Reid auf jeden Fall left Element, toll Alter, ne? Kommen sie nur bei dir? Ne. Wir sind momentan ja. Alter! Auf dem Weg! Wir müssen erst mal um die kümmern, die hier schon frühzeitig durch sind, oder? Ja. Ich schick dir mal ein paar Gnome her. Und geh jetzt auf die andere Seite. Ey, hier ist ja noch ein Guardian von mir. Ja, dann ist ja alles cool. Ach du Kacke! Scheiße, ich hab halt keinen Mana. Ja. Nein, ihr Kleinen. Oh! Ich hab halt übel wenig Mana, das ist so mein Problem. Oh, jetzt haben wir so'n schönen Tank natürlich. Ich bin auf dem Weg. Ja, wir sollten vielleicht für unseren Freund den Guardian ein bisschen unterstützen. Ja. Da ist da noch was? Ja, ist geschafft. Uh! Nice. Der letzte Wave ist doch. Ja, aber wir haben wahrscheinlich, ja, zeitlich. Ja, zeitlich klar, aber dafür trotzdem vier Sterne, ich mein. den ersten Try? Jo. Ist okay. Ja, ja, würd ich auch sagen. War-Match-Chest. War-Match-Hero-Victory-Chest. Ja, GG. So, ich werd jetzt aber einmal runtergehen, weil ich übelst Hunger habe. Ja, alles gut. So, einmal Kiste öffnen. Blur, ich hab ne neue Falle. Ice-Chart. Die hab ich, glaub ich, auch schon. Cuts enemies, dealing frost damage and casting Schiller on them. Das ist aber auf jeden Fall gut, weil er slowt wahrscheinlich auch. Ja, klar. Ich würd sagen, verbesserte Tart-Trap oder so. Uh, ich hab Steam-Vend. Blow small and normal sized minions into the wall. Ich kann meine Floor-Spikes erhöhen. Okay. Meine Ice-Charts, die ich grad gekriegt habe. Wow. Erstmal aber die Floor-Spikes. Boom-Barrel, wow. Weil die Floor-Spikes haben jetzt 16% mehr Damage. Das ist nett. Diese Ice-Chart-Dinger interessiert mich jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5 Sachen zum Upgraden und Tartrap kann ich, glaub ich, 2- oder 3-mal upgraden. Ja, das gleiche ist bei mir mit der Flip-Trap. Ach du Kacke, ey. Bei meiner Flip-Trap, ne? Ja. Da brauch ich 100 zum Update und hab 543. Ah. Ne. Ja, okay, okay. Egal. Loy, ich hab grad Achievements gekriegt bei Steam. Loy. Bei dem Spiel gibt's Achievements? Ich hab auch 2 Achievements. Wow. 2 von 33. Wir machen uns vorüberauen. Was ist das ein? Das ist das, was ich. Ich hab da ein' für die.